Aber gut, kommen wir mal zur allerersten Strategie und ich denke, viele von euch werden schon wissen, worum es sich dabei handelt. Natürlich Amazon, Kindle, E-Bücher. E-Bücher sind immer noch sehr profitabel. Es gibt viele Leute, die zum Beispiel sagen, ah, ich weiß nicht, verkaufen sich E-Bücher eigentlich noch? Ist denn das überhaupt noch eine profitable Nische? Und sagen wir es einfach mal so, ich weiß von vielen Leuten, die zum Beispiel im Jahr 2014, 2015, 2016 oder auch gern 2017 publiziert haben, dass es damals noch sehr viel einfacher war, über Kindle bzw. über Amazon mit Büchern Geld zu verdienen. Und natürlich ist der Markt größer geworden mit der Zeit und mehr Leute lesen Bücher. Bloß das einzige Problem, das sich jetzt für viele Leute ergibt, die halt auf Kindle sind bzw. die über Kindle publizieren, ist das folgende. Nämlich, sie müssen sich ein bisschen zumindest mit Marketing auskennen. Sie brauchen Leute, die Bewertungen schreiben, das müssen natürlich auch echte Bewertungen sein. Das dürfen jetzt keine eingekauften Bewertungen sein. Hier, wie gesagt, auch nochmal bitte in die Amazon-Richtlinien reinschauen, weil Amazon ist da sehr, sehr streng. Wirklich nur ehrliche Bewertungen generieren lassen bzw. halt das Buch mal kostenlos rausgeben, wenn du halt zum Beispiel im KDP-Select-Programm drin bist. Zuallererst muss schon mal Folgendes hier gesagt werden. Man kann natürlich differenzieren zwischen einem mit dem Kindle und einem mit dem KDP-Select-Programm. Soweit ich weiß, ich bin um ehrlich zu sein nicht im Kindle-Programm, ich bin im KDP-Select-Programm. Im Kindle-Programm kriegst du, soweit ich weiß, 30% der Profite bzw. des Einkaufspreises vom Buch. Und im KDP-Select-Programm erhältst du 70%. Der einzige Unterschied ist hier, dass du im KDP-Select-Programm praktisch nicht unbedingt die Rechte am Buch abgibst. Nein, das möchte ich nicht sagen, sondern eher, dass du dein E-Buch nur über Kindle veröffentlichen darfst und nicht über andere Plattformen. Wenn du aber dein Buch direkt über das Kindle-Programm launchst, dann kannst du gerne auch dein E-Buch irgendwo anders online verkaufen. Das gilt aber nicht für physische Bücher. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dein Buch über Kindle verkaufst bzw. KDP, kannst du dennoch zur selben Zeit dein physisches Buch noch anderweitig verkaufen. Sei es nur in einem Buchladen oder sei es nur in deinem eigenen Shop oder wo auch immer. Die Frage ist natürlich, wie viele Bücher brauche ich denn überhaupt, um 1000 Euro zu verdienen? Und ich habe mal so Pi mal Daumen gesagt, um sich wirklich sicher zu gehen, ungefähr 7 Bücher. Jetzt denken viele von euch vielleicht, A, wo kriege ich das Wissen her und B, wie groß müssen diese Bücher sein? Zuallererst schon mal hinsichtlich des Wissens. Du kannst dir natürlich direkt einen Ghostwriter holen. Du kannst dir eine Person holen, die für dich Bücher schreibt. Hier ist vor allen Dingen aber wichtig, dass du einen Vertrag bei dem Ghostwriter machst und vor allen Dingen, dass in deinem Buch, in dem Buch drin, im Impressum auch nochmal steht, dass tatsächlich dieses Buch von einem Ghostwriter geschrieben wurde. Nämlich nach deutschem Recht und bitte hier nicht hundertprozentig auf mich vertrauen, auch wenn ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, eigentlich stimmt. Hier, wie gesagt, nochmal rechtlichen Rat am besten einholen. Aber wenn zum Beispiel jetzt eine Person für dich das Buch schreibt, dann haftet diese Person tatsächlich für das Buch mit, zumindest für das, was die Person geschrieben hat, da man davon ausgehen kann. Zumindest in Deutschland nach deutschem Recht, dass diese Person gute Arbeit geleistet hat, in dem Sinne, dass sie halt nicht zum Beispiel irgendwelche Plagiate erstellt hat oder was auch immer, weil sie ja praktisch an dich eine Dienstleistung verkauft, die impliziert, dass es kein Plagiat gab. Dann zum nächsten, der nächste Punkt ist natürlich auch nochmal und den würde ich jetzt mal kurz vorziehen. Bitte achte darauf, dass du unbedingt, also wirklich unbedingt in deinem Kindle-Buch ein Impressum drin hast. Ich kann euch da gerne nochmal ein Template mitgeben. Ich mache gerne in den kommenden Tagen nochmal ein Video zu diesem Thema und gebe euch da mein Impressums-Template. Da werdet ihr mal sehen, wie gesagt, wie so ein Impressum aussieht. Es ist nicht besonders kompliziert, aber das muss man unbedingt dabei haben, weil sonst besteht hier Abmahngefahr. Dann natürlich noch, wie lang müssen diese Bücher sein? In meisten Fällen bietet es sich an, die Bücher ungefähr 30 bis 40 Seiten lang zu machen. Das reicht in meisten Fällen absolut aus. Dann nochmal ein weiterer Punkt, wo viele Leute fragen, wie teuer ist es denn eigentlich, so ein Buch von einem Ghostwriter schreiben zu lassen? Ich würde dir mal den Tipp geben, versuche grundsätzlich nicht 10.000 Wörter für mehr als 200 Euro zu kaufen. Das ist das absolute Maximum. Ich würde grundsätzlich immer probieren, dass ich 10.000 Wörter für weniger als 200 Euro bekomme. Wenn es gerade 200 sind, ist es noch in Ordnung. Bloß wir wollen natürlich auch relativ bald mit unserem Kindle-Buch einen Profit generieren. Wie der Prozess abläuft, ist relativ simpel. Du brauchst, wie gesagt, einen Ghostwriter, der für dich das Buch schreibt. Du machst mit der Person einen Vertrag. Du definierst mit der Person, was denn eigentlich in diesem Buch geschrieben werden soll. Heißt, gibt es der Person zum Beispiel ein kleines Inhaltsverzeichnis. Dieses Inhaltsverzeichnis wird dann von der Person umgearbeitet in ein Buch. Dieses Buch wird dir zugeschickt. Du kannst dann halt nochmal Revisionen verlangen. Wenn du halt das machst über Plattformen wie zum Beispiel Fiverr oder Upwork, hast du hier einen großen Vorteil und kannst natürlich damit den Personen auch direkt über die Plattform kommunizieren und sogar noch dein Geld zurückverlangen in einigen Fällen. Und sobald, wie gesagt, dein Buch fertig ist, sorg dafür, dass du auf jeden Fall ein Impressum im Buch hast, dass das Buch auch richtig formatiert ist. Da gibt es auch Leute auf Fiverr, die das Ganze machen. Und vor allen Dingen, lass dir ein gutes Cover erstellen. Bitte kein 0815-Cover. Achte auch darauf, dass du die Bildrechte besitzt, wenn du zum Beispiel ein Bild jetzt auf dein Cover drauf tust. Zum Beispiel, wenn du jetzt Bilder kaufst über Shutterstock oder so, dann geht man hier meistens relativ, ist das relativ sicher. Durch auch solche Firmen wie Freepik machen da auch eine ganz gute Arbeit. Da kannst du, wie gesagt, dir auch zum Beispiel Dateien runterladen, also Fotos runterladen. Vor allen Dingen natürlich würde ich hier auch wieder bei solchen Firmen wie zum Beispiel Freepik, also F-R-E-E-P-I-K.com, bei dieser Firma würde ich zum Beispiel vorschlagen, dass du dir auf jeden Fall nochmal einen Premium-Account kaufst, weil du dann nochmal eine Lizenz bekommst für jedes einzelne Foto, das du dir herunterlädst. Aber das nur mal so am Rande. Das heißt, wenn dann das Cover erstellt wurde und das Buch ist fertig, dann machst du folgendes, stellst das Buch online, sorgst dafür, dass es Buchbewertungen bekommt und dann, wie gesagt, wird das Buch sich hoffentlich verkaufen. Es ist natürlich sinnvoll, wenn du auch mal ein bisschen dein Buch über einen eigenen YouTube-Kanal verkaufst oder über einen Newsletter oder was auch immer, das kann natürlich immer die Verkäufe ankurbeln. Sonst würde ich es reinstellen bei 2,99 Euro und wenn es sich gut verkauft, würde ich es ein bisschen teurer machen. Grundsätzlich willst du gerade im KDP Select-Programm dein E-Book mit dem Print-on-Demand-Buch zusammen anbieten. Das heißt, wenn du jetzt ein Buch hochlegst, verkaufst du nicht nur als ein E-Book, sondern verkaufst du auch als ein Print-on-Demand-Book, das heißt als ein physisches Buch. Das kannst du praktisch mit mehreren Klicks einfach direkt in Kindle einstellen und kannst dann dein Buch, wie gesagt, als Print-Version verkaufen, als physisches Buch. Und Amazon übernimmt halt das Drucken und das, wie gesagt, ist ein riesen Vorteil. Wichtig ist auch nochmal beim Titel, wenn du jetzt also zum Beispiel ein Buch schreibst, dass du da auf jeden Fall darauf achtest, dass der Titel nicht geschützt ist, beziehungsweise noch nicht existiert. Und da bieten sich zum Beispiel Plattformen an, wie zum Beispiel buchhandel.de. Auf buchhandel.de kannst du dir zum Beispiel anschauen, okay, gibt es diesen Titel schon, gibt es einen ähnlichen Titel, worauf muss ich achten. Und bitte, gerade wenn du Eigenkreation machst, also nehmen wir an, du findest jetzt irgendeinen tollen Titel für dein Buch und du nennst das Buch XYZ, dann schauen wir auch mal, ob dieser Name XYZ vielleicht nicht irgendwie schon geschützt ist. Genau, gehen wir dann mal über zum zweiten Punkt. Und hier kann ich leider nicht extrem viel drüber sagen, weil es einfach ein Thema ist, das ich coache, nämlich Plattformen wie Udemy, Online-Kurse. Ich kann dir schon mal hier Folgendes sagen. Drei hochqualitative Kurse sollten tatsächlich ausreichen, um 1.000 Euro im Monat zu machen. Es kann natürlich sein, dass deine Kurse underperformen. Es kann gut sein, dass du mit einem Kurs schon 1.000 Euro im Monat machst. Ich sage nur mal so viel, wenn du drei wirklich gute Kurse produzierst, sind 1.000 Euro definitiv möglich. Hier ist es auch übrigens gar nicht mal so wichtig, ob du nur einen deutschen Kurs machst oder einen englischsprachigen Kurs. Der deutsche Markt ist derzeit noch sehr leer, was auch für dich ein Vorteil ist, weil es definitiv weit mehr Schüler als Dozenten gibt. Und wenn du jetzt zum Beispiel in den englischsprachigen Bereich reingehst, gibt es schon starke Konkurrenz, obwohl Konkurrenz auf Udemy nicht so eine große Rolle spielt. Aber wenn du dazu mehr wissen möchtest, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir mal zusammen Coaching buchen würden. Ein Link zu meinem Coaching-Programm findet sich in der Videobeschreibung. Aber sonst würde ich Folgendes dir vorschlagen. Versuch wirklich, deinen Kurs groß zu machen. Udemy liebt es, große, lange Kurse zu verkaufen, die natürlich wirklich A-Z-Kurse sind, die große Masterclasses sind. Und da bietet es sich natürlich an, auf jeden Fall 5 Stunden pro Kurs zu produzieren, wenn nicht sogar mehr. Und sonst natürlich Multimedia einbringen, mal ein paar Dokumente hochladen, Quizzes erstellen und so weiter und so fort. Das ist auch nochmal wichtig, um den Kurs ein bisschen interaktiver zu machen. Und vor allen Dingen sorge dafür auch, dass dein Kurs SEO-technisch optimiert ist. Das heißt, die Keywords, die den Kurs charakterisieren, sollten so oft wie nur irgendwie möglich in den Kurstitel und Untertitel integriert werden. Damit halt einfach der Kurs besser über die Plattform rankt. Wenn du mehr über Online-Kurse wissen möchtest und wie man mit Online-Kursen richtig gutes Geld verdienen kann und die ganzen, sag ich jetzt mal, Secrets haben, möchtest die ganzen Geheimnisse wissen möchtest zum Thema Udemy, zum Thema Online-Kurse, wie baut man eine Plattform auf und so weiter und so fort, also eine eigene Akademie, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir mal zusammen ein Coaching buchen könnten. Aber gehen wir dann mal über zur nächsten Plattform, nämlich Skillshare. Skillshare ist im gewissen Sinne der kleine Bruder von Udemy. Es ist auch eine Plattform, wo du Kurse hochladen kannst und ich denke, viele werden jetzt erstmal sehr geschockt sein, was da steht. Nämlich, du brauchst 100 hochqualitative Kurse. Was genau soll das heißen? Auf Skillshare müssen die Kurse gerade mal 10 Minuten lang sein. Heißt, nehmen wir zum Beispiel mal an, du hast jetzt in deinen Udemy-Kursen viele, viele Lektionen drin. Also viele, viele Videos. Dann kannst du zum Beispiel dir einzelne Videos nehmen und als einen Extrakurs auch Skillshare publizieren. Das wäre zum Beispiel eine Option. Wichtig bei Skillshare ist, dass du nicht unbedingt dadurch bezahlt wirst, dass Leute den Kurs kaufen, sondern durch die Anzahl an Minuten, die sogenannte Premium-Mitglieder schauen. Das heißt, Leute, die sich einen sogenannten Premium-Account auf der Plattform gekauft haben. Und wenn sie dann deine Kurse schauen, kriegst du ungefähr 4 Cent pro Minute, die geschaut wird. Das ist nicht besonders viel, aber genau deswegen versucht man halt, ein großes Netzwerk aufzubauen. Und vor allen Dingen konsumieren sehr gerne Leute auf Skillshare nicht unbedingt lange Kurse, also jetzt nicht 5 Stunden, 10 Stunden Kurse, sondern eher kürzere Kurse, irgendwas zwischen 10 bis 45 Minuten. Sonst natürlich ist es hier nochmal sehr wichtig zu sagen, dass ich hier wirklich nur englische Kurse lohne. Ich würde grundsätzlich nicht deutsche Kurse hochladen, weil ich mit deutschen Kursen einfach keine gute Erfahrung gemacht habe. Die verkaufen sich nicht im Sinne von, dass Leute sie gucken. Sonst natürlich SEO-technisch die Kurse optimieren. Das ist auch nochmal sinnvoll, dass du praktisch in den Kurstitel Begriffe unterbringst, die wirklich den Kurs charakterisieren, nach denen Leute schauen. Und dann wirst du hier auf jeden Fall auch viel organischen Traffic über die Plattform bekommen. Dasselbe übrigens hast du auch bei Udemy. Da musst du nicht besonders viel Marketing machen. Du musst bloß einfach hochqualitative Kurse abliefern. Es gibt da wie gesagt so ein paar Geheimnisse. Aber man kann schon mal pauschal sagen, dass du nicht unbedingt viel über Marketing wissen musst, um auf diesen Plattformen erfolgreich zu werden. Wenn du richtig erfolgreich werden möchtest, dann muss man so ein paar Dinge wissen. Gehen wir dann mal über zur nächsten Einkommensquelle, beziehungsweise zum nächsten Weg, wie du sehr gut Geld verdienen kannst, beziehungsweise wie du 1000 Euro im Monat verdienen kannst. Hier kann ich dir folgenden Tipp geben. Zuallererst schon mal, wenn du jetzt ein T-Shirt-Business aufbauen möchtest. Das ist halt echt ein sehr, sehr starker Markt und du musst auch wirklich relativ kompetitiv sein. Das heißt, du brauchst viele Designs. Beim T-Shirt-Business ist es ja so, dass wir T-Shirt-Designs erstellen und die auf Plattformen hochladen, wie zum Beispiel Spreadshirt, Merch bei Amazon, Redbubble, Teasley und so weiter und so fort. Und wir erhoffen uns dann, dass über den Marktplatz Leute tatsächlich unsere T-Shirt-Designs einkaufen. Und dann wie gesagt, diese T-Shirts von den Plattformen, auf die wir die T-Shirts-Designs hochgeladen haben, dass dort wie gesagt die T-Shirts auch gedrückt werden. Plattformen, die sich auf jeden Fall lohnen, sind Spreadshirt, Merch bei Amazon, Teasley, Redbubble, Sazzle, Teafury und viele, viele mehr. Wenn du zum Thema T-Shirt-Business irgendwelche Fragen hast, wie gesagt, ein Link zum Coaching-Programm befindet sich auch in der Videobeschreibung. Sonst ist es hier nochmal wichtig, wirklich auf die Keywords zu achten und ein bisschen mit den Keywords rumzuspielen, noch gerne mal Keywords zu verändern. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Keywords nicht gut performt haben, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, mal die Keywords auszutauschen und zu schauen, performen denn andere Keywords besser. Und sonst natürlich, eine Plagiatsprüfung ist grundsätzlich immer ganz sinnvoll, gerade wenn du halt einen Outsourcing-Partner hast, zum Beispiel Upwork oder Fiverr, der dir die T-Shirt-Designs erstellt, dann sollte man auf jeden Fall das Ganze mal checken mit einem Reverse-Image-Search. Das kannst du natürlich direkt mit Google machen oder halt mit solchen Plattformen wie zum Beispiel TinEye. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, eine Plagiatsprüfung zu machen. Bloß gerade im Bereich Design gibt es einfach keine guten Bots, wo man eine ordentliche Plagiatsprüfung wirklich mitmachen kann. Das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Deswegen grundsätzlich Tipps, die ich schon mal geben kann, ist publiziere auf all diesen Plattformen. Achte darauf, dass du keine Eigennamen verwendest, dass du keine bestimmten Motive verwendest, wie zum Beispiel ein Spider-Man-Motiv oder ein Batman-Motiv oder so was wie Game of Thrones oder irgendwie sowas. Bitte sowas nicht benutzen. Das ist grundsätzlich natürlich immer geschützt, markenrechtlich. Sowas einfach am besten nicht verwenden. Kommen wir dann einfach mal zur nächsten Strategie, zum nächsten Weg. Und dieser ist Freelancing. Ich hätte niemals gedacht, dass man Freelancing so gutes Geld verdienen kann. Zum Beispiel in den letzten paar Wochen bin ich wirklich aktiv geworden auf der Plattform Fiverr. Viele von euch werden sich jetzt sicherlich denken, warum ist Leo noch Fiverr? Verdient doch nicht genug Geld. Sagen wir es mal so, Fiverr ist wie gesagt einfach eine weitere geniale Einkommensquelle. Für mich ist es immer wichtig, Einkommensquellen aufzubauen, weil ich, wenn ich erstmal eine Einkommensquelle aufgebaut habe, die auch gerne jederzeit outsourcen kann. Ich kann jetzt eine andere Person finden, die macht das Ganze dann für mich und da muss ich da keine weitere Arbeit mehr reinstecken. Ich würde dir folgenden Tipp geben. Fiverr.com ist eine Plattform, die viele Leute unterschätzen. Du hast die Möglichkeit, als ein ganz normaler Seller auf der Plattform, also als ein Verkäufer, sieben unterschiedliche sogenannte Gigs, also Angebote zu erstellen, Dienstleistungen praktisch auf der Plattform anzubieten. Wenn du dann auch steigst ins Level 1 Seller, Level 2 Seller und dann Top Seller, kannst du auch viel, viel mehr Gigs anbieten. Zum Beispiel, wenn du jetzt Top Seller bist, kannst du 30 Gigs auf der Plattform anbieten und kannst da natürlich mit 30 Angeboten Geld verdienen. Das sind praktisch nochmal 30 kleine weitere Einkommensströme, die du da halt direkt auf Fiverr dir aufbaust. Und genau deswegen sage ich immer, gerade wenn du startest auf Fiverr, erstelle ansprechende Gigs und finde vor allen Dingen etwas, was du kannst. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe keine Fähigkeiten, die ich verkaufen kann oder keine Services, die ich verkaufen kann, du sprichst Deutsch. Du könntest zum Beispiel Deutsch-Englisch-Übersetzungen anbieten, wenn du zumindest ein bisschen Englisch kannst. Du kannst hier zum Beispiel auch solche Dinge machen, wie, dass du Dokumente ausfüllst für Leute, die zum Beispiel jetzt ein Visum beantragen wollen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten oder du machst irgendwelche Videos für Leute im Sinne von, dass du zum Beispiel ein Testimonial machst oder sowas. Sowas geht immer. Und sowas kannst du auch sehr gut über Fiverr verkaufen. Genau deswegen ist mein Tipp, wirklich ansprechende Gigs zu erstellen, wo du darauf achtest, dass du ein Video in deinem Gig hochlädst, ordentliche Dokumente, wo du halt maskizierst, was du für Leute machst, vielleicht nochmal ein Sample geben, wenn du jetzt Logos erstellst oder Übersetzungen tätigst oder was auch immer und interessante Fotos von dir hochladen, Fotos, wo du wirklich, sagen wir so, vertrauenswürdig wirkst und wo man halt wirklich merkt, du weißt, was du tust. Und sonst vor allen Dingen, natürlich auch Plattformen wie Upwork sind gar nicht mal so dumm, um hier nochmal ein bisschen etwas an Geld hinzuzuverdienen, aber eine Strategie, die ich halt euch wirklich empfehlen kann, ist natürlich das Service Flipping. Ich denke, viele von euch haben bereits ein Coaching mit mir gebucht zu diesem Thema, nämlich wie man denn eigentlich genau digitale Dienstleistungen flippt. Was damit gemeint ist, ist folgendes, nämlich stell dir zum Beispiel mal vor, eine Person kommt zu dir und möchte ein Logo von dir haben und wäre dafür bereit, 50 Euro zu zahlen. Du kennst aber eine andere Person, die macht es für 10, da wirst du einfach die Arbeit an die Person weitergeben, die es für 10 macht und zack, hättest du gerade mal 40 Euro gemacht, weil du kriegst halt 50 Euro von der Person, die einen Auftrag bei dir abgeliefert hat. Dann gibst du halt 10 Euro aus, um das von einer anderen Person machen zu lassen, den eigentlichen Auftrag und schickst dann das fertige Ergebnis einfach nur an die Person weiter, die halt den Auftrag in Auftrag gegeben hat. Und so funktioniert das ganze Flipping-Konzept. Das kannst du machen mit Büchern, das kannst du machen mit Übersetzungen, kannst du machen mit Logos, kannst du machen mit Intros und so weiter und so fort. Und dazu habe ich übrigens auch ein Buch geschrieben, das Service Flipping Booklet. Das findest du auch jetzt hier in der Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn du es dir holen würdest. Also wenn du übrigens auch irgendwelche Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentarsektion. Ich bin grundsätzlich immer offen, deine Fragen zu beantworten. Ich freue mich übrigens auch sehr über Fragen. Bloß wenn du dir das Flipping Booklet kaufen möchtest, befindet sich wie gesagt in der Videobeschreibung. Aber gut, gehen wir dann über zur nächsten Strategie und hier geht es wirklich um Affiliate Marketing. Affiliate Marketing ist meines Erachtens relativ underrated, wenn es darum geht, wieder keines Einkommen aufzubauen. Weil die meisten Leute sagen, ich baue mir Mitgliederbereich und ich verkaufe über meinen Mitgliederbereich Online Kurse. Das ist alles gut. Das ist relativ auch einfach zu skalieren. Bloß wenn du zum Beispiel keine digitalen Infoprodukte hast und keinen Mitgliederbereich aufbauen kannst oder möchtest, dann wäre vielleicht doch Affiliate Marketing etwas für dich und vor allen Dingen interessieren mich persönlich wiederkehrende Einnahmen. Zum Beispiel Clickfunnels. Wenn ich da einmal Clickfunnels verkaufe, kriege ich, ich glaube, so um die 80 Dollar ungefähr. Zum Beispiel jetzt über ein paar von meinen Kursen habe ich ein paar Clickfunnels Pläne verkauft. Ich hatte eine Kooperation gestartet mit dem Roland Sonnenleitner zusammen und da hatten wir einige Clickfunnels Accounts oder Clickfunnels Zugänge verkauft. Dann natürlich eine Sache, wo ich sehr, sehr viel mache, ist Teachable. Ich verkaufe oder ich baue Akademien für andere Leute. Also ich baue komplette Online Akademien für Leute komplett umsonst. Nehme aber halt hinten drin eine Affiliate Kommission und die kriege ich, wie gesagt, von Teachable und das ist auch zum Beispiel ein super Deal für mich. Da mache ich ziemlich genau mit einer Akademie sowas wie 30 bis 110 Euro ungefähr pro Monat und wenn ich halt 10 Akademien aufbaue, bei 30 Euro habe ich halt 300 Euro extra, wenn ich 10 Akademien aufbaue, bei 110 Euro, naja gut, dann habe ich ungefähr, was sagen wir mal, 1000 oder was auch immer, 1100 Euro extra. Shopify ist auch nochmal so eine Affiliate-Geschichte, die mich persönlich sehr interessiert, weil natürlich du bei Shopify erstmal, wenn du den Basic-Plan verkaufst, ich glaube 58 Dollar bekommst, aber wenn dann Leute auf den Pro-Plan umsteigen, kriegst du halt 2000 Dollar pro Person und das ist natürlich absolut göttlich, wenn man so viel Geld dann tatsächlich für eine einzige Person bekommt. Gehen wir mal über zum nächsten Punkt, zum letzten Punkt, nämlich YouTube und dann Coaching. Ganz ehrlich, YouTube ist eine absolute Goldgrube und ich glaube, die meisten Leute verstehen gar nicht, wie groß diese Goldgrube eigentlich ist, weil sie bietet Platz für jede Person. Bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich mich in der Nische Coaching aufhalte beziehungsweise Online-Kurse und halt praktisch Geld verdiene. Das heißt, ich kann Leuten zeigen, wie sie gutes Geld verdienen können, ob das nur durch ein T-Shirt-Business ist, ob das durch Online-Kurse ist, Flipping, was auch immer. Und für mich ist das natürlich eine absolute Evergreen-Nische, weil Leute wollen immer Geld verdienen. Und ich denke auch zum Beispiel, Marketing wird immer interessant bleiben und immer wollen Leute etwas über Marketing lernen oder zum Beispiel immer wollen sie glücklich werden oder was auch immer. Man kann in so vielen Bereichen kann man sich als Coach etablieren, bloß die Frage ist natürlich, warum buchen Leute bei dir in Coaching. Zum Beispiel mir ist glaube ich, die Auftraggeber haben eigentlich nur ein Ziel im Kopf, nämlich sie möchten mehr Geld verdienen. Und genau deswegen buchen sie mit mir in Coaching, weil ich ihnen halt zeigen kann, auf allen möglichen Wegen, wie sie mehr Geld verdienen können, wie sie mehr Einkommensströme aufbauen können. Warum ich das sage, ist aus folgendem Grund. Weil nehmen wir es mal an, du publizierst jetzt haufenweise YouTube-Content, Evergreen-Content direkt auf YouTube, das heißt, der immer relevant ist, plus du bietest in jedem Video ein immer relevantes Coaching-Programm an, dann baust du dir natürlich ein riesiges Sammelsorium geguckt werden von Leuten, die auf YouTube sind und dann buchen immer mehr Leute bei dir in Coaching und das ist eine gigantische Einnahmekülle. Genau deswegen publiziere zum Beispiel ich auch so viel Content auf YouTube. Mein Tipp ist natürlich auch immer ein ansprechendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben, das heißt, will ich zu sagen, gut, ich nehme vielleicht nicht so einen exorbitant hohen Preis, liefere dafür aber auch wirklich viel ab, sodass die Leute das Gefühl haben, wenn sie halt in meinen Coaching reingehen, ich gebe nicht zu viel aus und wenn sie rauskommen, sind sie richtig glücklich, weil sie halt viel mehr Informationen bekommen haben, wie als dass sie dafür gezahlt hätten. Also zum Beispiel, mein Coaching-Programm kostet ja pro Stunde 149 Euro plus halt Umsatzsteuer und ich weiß ganz genau, dass die meisten Leute, die halt aus meinem Coaching rauskommen, gerade wenn es um Online-Kurs oder so geht, natürlich das 10, 20-fache schon innerhalb der ersten paar Monate machen und da, wie gesagt, sind diese 149 für die meisten Leute absolut gar kein Problem. Genau, aber Coaching ist auf jeden Fall eine weitere geniale Einnahmekülle, wo du relativ einfach 1000 Euro Mord machen kannst. Die meisten Leute trauen sich einfach nicht rauszugehen und zu sagen, ich bin ein Coach. Ich kann dir aber wirklich nur empfehlen, einfach mal diesen Schritt zu tätigen, auf YouTube zu gehen, dich selbst zu zeigen und Content zu publizieren, weil ganz ehrlich, wenn du Leuten wirklich irgendwie helfen kannst und wenn du wirklich etwas hast, was Leuten gefällt und was ihnen weiterhilft, dann bringst du doch dort, bringst du raus, also hilf Leuten doch. Zum Beispiel, viele Leute sagen immer, ich würde gerne Leuten helfen, aber bei mir ist es halt so, ich sage, okay, ich will Leuten helfen, aber ich muss sie auch irgendwie erreichen und genau das mache ich zum Beispiel über YouTube, indem ich viel kostenloses Wissen rausgebe. Jetzt musst du halt bloß nur noch umsetzen, umsetzen, umsetzen. Ich habe immer eine Regel, ich sage mir immer selbst, ich darf keine Chance verpassen, indem ich direkt umsetze. Heißt, ich probiere grundsätzlich immer Folgendes, sobald mir eine Idee kommt, sobald ich denke, das könnte vielleicht ganz gut sein, dann setze ich es einfach um, egal wie lange es dauert, es kann auch gut sein, dass ich dafür Tage brauche, bloß wenn ich merke, okay, hier entsteht wirklich eine Chance, hier gibt es etwas, was mich vielleicht voranbringen könnte, hier gibt es etwas, was mir vielleicht mehr Geld machen könnte, dann denke ich mir, okay Leon, du entwickelst jetzt sofort einen Plan, diesen Plan schreibe ich mir nieder und anschließend dann fange ich sofort an, diesen Plan umzusetzen. Zum Beispiel heute habe ich einen neuen Kurs angefangen zu erstellen, eine Executive Coaching Masterclass und ich hatte tatsächlich diese Idee, es ist ein paar Minuten, bevor ich den Kurs anfing, ich hatte mir gedacht, hm, ich könnte ja eigentlich mal einen Kurs darüber machen und zack, habe ich das Curriculum runtergeschrieben, habe sofort angefangen zu filmen und ich denke, ich werde den Kurs in den nächsten zwei Tagen fertig bekommen. Und dann werde ich sofort weiter nach neuen Ideen suchen und wenn ich merke, okay, das ist eine neue Idee, teste ich die sofort, fange an den nächsten Kurs zu produzieren. Wenn ich merke, der Kurs hat gut eingeschlagen, dann versuche ich darüber ein Buch zu schreiben, mache das Buch vielleicht innerhalb von einer Woche fertig und so weiter und so fort. Bei mir zählt halt wirklich immer das Umsetzen und nicht viel Zeit verlieren. Ich bin keine Person, die super hektisch ist. Ich bin jetzt nicht eine Person, die sagt, ich muss jede Sekunde nutzen. Ich probiere aber dennoch, jede Sekunde zu nutzen. Ich bin nicht so, dass ich sage, du musst jetzt einfach so schnell wie möglich arbeiten, sondern kontinuierlich. Ich versuche wirklich Dinge hintereinander fertig zu bekommen und wenn du eine Sache fertig hast, dann fang direkt mit der nächsten an. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die der chinesische Pianist Lang Lang gesagt hat. Wenn er nicht innerhalb von 30 Sekunden, nachdem er eine Sache fertiggestellt hat, die Idee für die nächste Sache hat, dann weiß er, er muss seine Karriere beenden. Und bei mir ist es ganz genau so. Ich weiß immer ganz genau, was ich tue beziehungsweise, wenn ich zum Beispiel etwas fertiggestellt habe, dann muss ich wirklich nur ein paar Sekunden nachdenken und mir kommt sofort die nächste Idee und ich kann sofort weitermachen mit der nächsten Sache. Und du weißt, wenn du an so einem Punkt bist, dass du tatsächlich etwas gefunden hast, was dir nicht unbedingt nur Spaß macht, aber etwas, was deine Gedanken befügelt und das finde ich persönlich extrem wichtig. Dann, nachdem du halt diesen Plan umgesetzt hast, musst du halt einfach nochmal schauen, muss ich diesen Plan anpassen? Ist dieser Plan gut genug oder sollte ich diesen Plan noch irgendwie besser machen? Es ist natürlich nie schlecht, seinen Plan zu verbessern, den Plan zu optimieren, bloß wenn deine Sache schon sehr, sehr gut funktioniert, dann mach damit weiter. Bloß wenn die Sache nicht gut funktioniert, dann natürlich musst du auch nochmal deinen Plan verbessern. Aber gut, das war es dann nun hier heute für dieses Tutorial. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann gehe gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Aber gut, danke nochmals für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. ролchen, und ich zum nächsten Mal.